Herzlich willkommen zum Crashkurs Neues Kaufrecht. Wir wollen uns einen ersten Überblick verschaffen über neue kaufrechtliche Vorschriften, die mit Wirkung zum 01.01.2022 in Kraft getreten sind. Wie ist es zu diesen Änderungen überhaupt gekommen? Die Antwort lautet, Hintergrund ist eine europäische Richtlinie, nämlich die sogenannte Warenkaufrichtlinie, die der Gesetzgeber zwingend umzusetzen hatte. Und diese WKRL, so wollen wir sie verkürzt mal nennen, die ersetzt die Verbrauchsgüterkaufrichtlinie aus dem Jahre 1999. Diese Verbrauchsgüterkaufrichtlinie hat zu wahnsinnig vielen Veränderungen im BGB geführt und man hat von der großen Schuldrechtsmodernisierung gesprochen. Und das war es auch. Dann im Jahre 1999 ist alles, was man davor kannte, quasi über den Haufen geworfen worden und man musste sich an eine gänzlich neue Dogmatik gewöhnen. Das ist, um dir von vornherein die Angst zu nehmen, jetzt nicht der Fall. Auch wenn ganz häufig von dem neuen Schuldrecht gesprochen wird, das verkauft sich ja wahnsinnig gut, ist es bei genauerem Hinsehen nicht so, dass es ähnlich wie 1999 eine Umkrempelung des gesamten BGB, zumindest im Schuldrechtsbereich, gibt. Sondern wir haben gerade im Bereich des Kaufrechts doch eine sehr überschaubare, eine sehr punktuelle Neuerung und du kannst auf das meiste, was du bislang zum Kaufrecht schon gelernt hast, weiterhin zurückgreifen. Also don't panic. Es gibt also durch die Warenkaufrichtlinie Änderungen im Kaufrecht und da müssen wir erstmal ganz grob unterscheiden zwischen dem allgemeinen Kaufrecht, also den Vorschriften, die für sämtliche Kaufverträge gelten, unabhängig davon, wer konkret Vertragspartei ist. Und da gibt es im Wesentlichen eine Änderung beim Sachmangelbegriff 434 BGB, das müssen wir uns genauer anschauen. Dann gibt es Modifikationen im Nacherfüllungsanspruch 439 und ebenfalls Modifikationen im Lieferantenregress 445 a fortfolgende BGB. Die allermeisten Änderungen, die auf dieser Warenkaufrichtlinie beruhen, die spielen sich dann aber im Verbrauchsgüterkaufrecht ab, in den 474 ff. BGB. Da hat es in der Tat viele Neuerungen gegeben, die werden wir uns im Einzelnen alle ansehen und am Ende wirst du sehen, ganz so schlimm ist es dann doch nicht, wie es auf den ersten Blick zu sein scheint. Gleich auf dieser Seite wollen wir uns aber auch ganz kurz mit der zweiten europäischen Richtlinie beschäftigen, die ebenfalls durch den deutschen Gesetzgeber umzusetzen war. Das ist nämlich die europäische Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen. Ein fürchterlich langer Titel, man hat kaum schon Lust, sich damit zu beschäftigen, einfach weil das Ganze so lang und schwierig klingt. Wir kürzen das mal ab mit DIRL, also eine zweite Richtlinie, die parallel zur WKRL erlassen wurde und ebenfalls umzusetzen war durch den deutschen Gesetzgeber. Zentraler und komplett neuer Begriff, der auftaucht, sind die digitalen Produkte und der Gesetzgeber musste hier in Umsetzung dieser Richtlinie neue Vorschriften schaffen. Das hat er getan in den § 327 ff. BGB. Dort gibt es ein eigenes Gewährleistungsregime für Verträge über digitale Produkte. Das gucken wir uns anhand eines separaten Videos, anhand eines separaten Crashkurses nochmal genauer an. An dieser Stelle, wo wir uns doch mit den kaufrechtlichen Vorschriften beschäftigen wollen, ist vor allen Dingen wichtig, dass diese beiden Richtlinien sich inhaltlich nicht überschneiden. Sie haben aber etwas gemeinsam, nämlich sie folgen beide dem Grundsatz der Vollharmonisierung. Was bedeutet das denn? Der Grundsatz der Vollharmonisierung bedeutet, dass die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der europäischen Richtlinie kein höheres Verbraucherschutzniveau als dasjenige der Richtlinie vorsehen dürfen, sofern dies nicht ausnahmsweise und auch ausdrücklich in der jeweiligen Richtlinie vorgesehen ist. Hintergrund ist, dass es diesen Grundsatz der Vollharmonisierung bei der Verbrauchsgüterkaufrichtlinie aus dem Jahre 1999 noch nicht gegeben hat. Und das führte dazu, dass es unterschiedliche Verbraucherschutzniveaus in den einzelnen europäischen Staaten gab. Das ist aber gerade bei grenzübergreifendem Handel, insbesondere im Bereich des E-Commerce, ein großes Problem, wenn sich die Warenhändler auf unterschiedliche Gewährleistungsvorschriften einstellen müssen. Und deswegen hat der europäische Gesetzgeber das korrigiert und gesagt, jetzt bei diesen neuen Richtlinien soll der Grundsatz der Vollharmonisierung gelten. Das heißt, ich möchte, dass diese Vorschriften so wie sie sind in den einzelnen europäischen Mitgliedstaaten umgesetzt werden, ohne dass die sich jetzt gegenseitig noch in puncto Verbraucherschutz gegenseitig überbieten. Und das gilt dann eben gleichermaßen für die WKRL und für die DIRL. Beide Richtlinien sind auch anzuwenden auf Verträge, die ab dem 01.01.2022 geschlossen werden. Es gibt also hier eine klare Trennlinie, heißt für uns im Bereich des Kaufrechts, dass du für sämtliche Kaufverträge, die bis einschließlich 31.12.2021 abgeschlossen worden sind, die dir bekannten kaufrechtlichen Vorschriften weiterhin anzuwenden hast und nur für Verträge, die ab dem 01.01.2022 geschlossen werden, gelten dann vollumfänglich die neuen Vorschriften. Und genau die, die wollen wir uns jetzt der Reihe nach ansehen. Wir beginnen mit § 434 BGB in seiner neuen Fassung, also mit dem neuen Sachmangelbegriff. Fangen wir mal an zu lesen. Absatz 1 sagt, die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht. Das heißt folgendes. Das heißt, dass eine Sache nur dann mangelfrei ist im Sinne des 434 Absatz 1 BGB, wenn sowohl die subjektiven Anforderungen als auch die objektiven Anforderungen als auch die Montageanforderungen an den jeweiligen Kaufgegenstand erfüllt sind. Im Gegensatz zur bisherigen Gesetzesfassung gibt es also insbesondere einen Gleichrang zwischen den subjektiven und den objektiven Anforderungen. Es geht nicht mehr, so zumindest dieser Grundsatz in 434 Absatz 1 BGB, dass man subjektiv hinter den objektiven Anforderungen zurückbleibt und damit, Stichwort subjektiver Mangelbegriff nach bisheriger Gesetzesfassung, damit also dem Käufer weniger gibt, als er objektiv erwarten darf. Dann würde ein Mangel vorliegen. Das Ganze wird allerdings nicht ganz so heiß gegessen, wie es uns hier serviert wird. Warum? Wir werden sehen, insbesondere wenn wir uns nachher mit den Vorschriften zum Verbrauchsgüterkaufrecht beschäftigen, dass es nach wie vor die Möglichkeit einer Abweichung davon gibt. Man kann also noch immer eine negative Beschaffenheitsvereinbarung treffen. Nur ist das gegenüber einem Verbraucher im Rahmen eines Verbrauchsgüterkaufvertrages nur unter ganz engen, ganz strengen Voraussetzungen möglich. Das heißt, das, was wir hier kennenlernen, gilt mehr oder minder uneingeschränkt nur für den Verbrauchsgüterkaufvertrag im Sinne des § 474 BGB. Aber im Übrigen bleibt es weiterhin möglich, negative Beschaffenheitsvereinbarungen zu treffen. Soweit erstmal der Grundsatz und jetzt ist der Gesetzgeber systematisch sehr sauber gnädig mit uns und definiert in einem jeweiligen Absatz, was wir unter diesen einzelnen Anforderungen zu verstehen haben. Er legt los in 434 Absatz 2 BGB mit den subjektiven Anforderungen. Lesen wir uns mal durch, wie es dort jetzt in der neuen Gesetzesfassung heißt. Aha, das klingt nicht wirklich neu. Das klingt fast genau so, wie das, was wir schon aus der alten Gesetzesfassung kannten. Jetzt geht es aber weiter. Zu der Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 1 gehören Art, Menge, wichtig, darauf kommen wir noch zu sprechen, Qualität, Funktionalität, Kompatibilität, Interoperabilität und sonstige Merkmale der Sache, für die die Parteien Anforderungen vereinbart haben. Da tauchen ein paar Begriffe auf, die nicht selbsterklärend sind. Fangen wir mal an mit der Funktionalität. Darunter ist nach Artikel 2 Nummer 9 der Warenkaufrichtlinie die Fähigkeit der Waren zu verstehen, ihre Funktionen, ihrem Zweck entsprechend zu erfüllen. Das sollte man in der Tat von einer Kaufsache erwarten dürfen. Machen wir weiter mit dem Begriff der Kompatibilität. Auch da hilft uns die Warenkaufrichtlinie weiter. In Artikel 2 Nummer 5 ist nämlich geregelt, dass darunter die Fähigkeit der Waren gemeint ist, mit der Hardware oder Software zu funktionieren, mit der Waren derselben Art in der Regel benutzt werden, ohne dass die Waren, die Hardware oder die Software verändert werden müssen. So steht es dann wiederum in Artikel 2 Nummer 8 der WKRL. Oha, das ist schon schwieriger. Man stelle sich etwa den Kauf eines Aufladekabels für ein ganz bestimmtes Mobiltelefon vor. Das sollte passen und sich auch dazu eignen, den konkreten Akku wieder aufzuladen. Naja, eigentlich doch nicht so schwer, wenn man sich einfach mal den Wortsinn kompatibel vor Augen führt. Das heißt ja so viel wie verträglich oder zusammenpassend. Aber führe dir bitte klar vor Augen, wir befinden uns gerade bei den subjektiven Anforderungen. Da muss es also schon einen Bezug zum konkreten Einzelfall und den besonderen Vereinbarungen der Parteien geben. Möchte der Käufer einfach nur ein Aufladekabel haben und sagt er dem Verkäufer nicht, für welches konkrete Mobiltelefon es verwendet werden soll, dann kann er dem Verkäufer hinterher natürlich auch nicht vorwerfen, dass es in sein konkretes Handy nicht passt, also mit diesem gerade nicht kompatibel ist. Ja, das ist klar. Und dann gibt es noch einen weiteren Begriff, der uns noch mehr Kopfschmerzen bereitet, nämlich der Begriff der Interoperabilität. Der stiftet Verwirrung. Er soll nach Artikel 2 Nummer 10 der Warenkaufrichtlinie die Fähigkeit der Waren meinen, mit einer anderen Hardware oder Software zu funktionieren, als derjenigen, mit dem Waren derselben Art in der Regel benutzt werden. Aha. Und was heißt das jetzt bitte konkret? Es soll bei diesem schillernden Begriff vor allem um Qualitätsanforderungen an das Internet der Dinge, also Internet of Things oder kurz IoT, gehen also zum Beispiel um die Fähigkeit von Smartphones, Smart Home Geräten und virtuellen Assistenten, zum Beispiel Alexa oder Siri, untereinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen. Darauf kommt man nun wirklich nicht von alleine und schon gar nicht beim schlichten Lesen des Gesetzestextes. Man muss halt mal gehört haben, was darunter zu verstehen ist. Aber das hast du ja jetzt. Das ist also der neue Begriff der Interoperabilität. Gehen wir mal weiter im Gesetzestext vor und beschäftigen uns mit den objektiven Anforderungen. Die sind in § 434 Absatz 3 BGB geregelt. Auch das schauen wir uns mal gemeinsam an. Da heißt es, soweit nicht wirksam etwas anderes vereinbart wurde, entspricht die Sache den objektiven Anforderungen, wenn sie sich für die gewöhnliche Verwendung eignet, eine Beschaffenheit aufweist, die bei Sachen derselben Art üblich ist und die der Käufer erwarten kann unter Berücksichtigung der Art der Sache und der öffentlichen Äußerung, die von dem Verkäufer oder einem anderen Glied der Vertragskette oder in deren Auftrag insbesondere in der Werbung oder auf dem Etikett abgegeben wurden, der Beschaffenheit einer Probe oder eines Musters entspricht, die oder das der Verkäufer dem Käufer vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellt hat und mit dem Zubehör einschließlich der Verpackung, der Montage oder Installationsanleitung sowie anderen Anleitungen übergeben wird, deren Erhalt der Käufer erwarten kann. Du siehst schon, das sind sehr geschwätzige Vorschriften, die sind lang und breit ausformuliert, man findet sehr viel, aber eben auch sehr viel Selbsterklärendes, unter das du dann im jeweiligen Einzelfall bei deinen Falllösungen in deinen Klausuren einfach subsummieren musst. Ein Punkt, auf den ich dich an dieser Stelle aber hinweisen möchte, ist, dass es sich um eine wirksame, abweichende Vereinbarung handeln muss, gleich am Anfang des Absatzes 3, das ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass insbesondere bei Verbrauchsgüterkaufverträgen besondere Voraussetzungen zu erfüllen sind. Darauf kommen wir, wie gesagt, später zu sprechen, aber hier schon mal ganz wichtig, dass du dir zumindest gedanklich das Signalwort wirksam unterstreichst in Absatz 3. Das ist der Hinweis darauf, dass du im Einzelfall sehr genau prüfen musst, ob eine negative Beschaffenheitsvereinbarung tatsächlich wirksam ist. Der Absatz 3 geht noch weiter, der hat noch weitere Sätze, da steht nämlich drin, zu der üblichen Beschaffenheit nach Satz 1 Nummer 2 gehören Menge, Qualität und sonstige Merkmale der Sache, einschließlich ihrer Haltbarkeit, Funktionalität, Kompatibilität und Sicherheit, Begriffe, die wir eben gerade schon in anderem Kontext kennengelernt haben, und der Verkäufer ist durch die in Satz 1 Nummer 2 Buchstabe b genannten öffentlichen Äußerungen nicht gebunden, wenn er sie nicht kannte und auch nicht kennen konnte, wenn die Äußerung im Zeitpunkt des Vertragsschlusses in derselben oder in gleichwertiger Weise berichtigt war, oder wenn die Äußerung die Kaufentscheidung nicht beeinflussen konnte. Naja, das sind alles Dinge, die wir auch schon aus dem alten Kaufrecht kannten und die jetzt eben sehr dezidiert im Einzelnen aufgeführt im Gesetzestext wiederzufinden sind. Auch da müssen wir bitte keine grauen Haare wachsen. Unter diesen Gesetzeswortlaut kann man prima den jeweiligen Einzelfall subsumieren. Und das gilt auch letztlich für die Montageanforderungen. Die finden wir dann in 434 Absatz 4 BGB. Auch da werfen wir gemeinsam einen Blick drauf. Da heißt es, soweit eine Montage durchzuführen ist, entspricht die Sache den Montageanforderungen, wenn die Montage sachgemäß durchgeführt worden ist, oder zwar unsachgemäß durchgeführt worden ist, dies jedoch weder auf einer unsachgemäßen Montage durch den Verkäufer noch auf einem Mangel in der vom Verkäufer übergehenden Anleitung beruht. Wir denken an die berühmt-berüchtigte Ikea-Klausel, also an das, was wir im alten Recht auch schon vorgefunden haben. Das steht mit etwas abgewandeltem Wortlaut nach wie vor im Gesetz. Und dann, gehen wir gleich mal weiter, gibt es einen Absatz 5, der sagt, einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Verkäufer eine andere Sache als die vertraglich geschulderte Sache liefert. Das heißt also, wir haben nach wie vor die Regelung zur Aliot-Lieferung und die Situation, dass 434 Absatz 5 BGB letztlich das umsetzt, was im alten Recht auch schon galt. Also, das ist nicht neu, das klingt weder neu, noch ist es schwer, das ist es überhaupt nicht. Wer ein Fahrrad liefern soll, kann den Vertrag nicht durch Hergabe eines Mopeds erfüllen. Das leuchtet irgendwie ein, ne? Aber soll ein Moped eigentlich wirklich als mangelhaftes Fahrrad anzusehen sein und soll der Käufer wirklich seinen Erfüllungsanspruch, und zwar mit Regelverjährung nach 195, 199 BGB verlieren und stattdessen nur einen Nacherfüllungsanspruch haben, der der kürzeren Verjährungsfrist nach 438 BGB unterliegt, das war schon nach alter Rechtslage umstritten und bleibt es wohl auch nach neuer Rechtslage. Es geht dabei nämlich um die Frage, ob die Gleichstellung von Falschlieferung und Schlechtlieferung allein die Gattungsschuld oder auch die Stückschuld erfasst, geändert, hat sich diese Streitfrage nicht und der neue Gesetzeswortlaut gibt auch gar keinen Anlass, sie anders zu beantworten. Du kannst also nach wie vor auf das zur alten Rechtslage Gelernte zurückgreifen und Fälle, die sich mit diesem Thema befassen, genauso lösen wie zuvor. Und dass ein Moped ein mangelhaftes Fahrrad sein soll, überzeugt nach wie vor nicht. Also würde man dem Käufer in einem solchen Fall weiterhin einen kaufvertraglichen Erfüllungsanspruch aus 433.1.1 BGB zugestehen und nicht nur einen Nacherfüllungsanspruch aus den Paragrafen 437.1 und 439 BGB. Aber wie gesagt, das ist nichts Neues, das war schon vorher so. Was aber durchaus neu ist, ist, dass die Lieferung einer zu geringen Menge, die zu wenig Lieferung nicht mehr in dieser Vorschrift auftaucht, ist die weggefallen? Nein, ist sie nicht. Sie ist nur anders platziert worden. Denn, ich hatte ja vorhin schon gesagt, als wir bei den subjektiven Anforderungen 434 Absatz 2 waren, dass dort auch die Menge ein Kriterium für den Mangel ist. Und weil das so ist, können wir die zu wenig Lieferung jetzt unter 434 Absatz 2 Satz 2 BGB subsumieren. Und deswegen musste der Gesetzgeber im Gegensatz zur alten Gesetzesfassung diese zu wenig Lieferung, also den Quantitätsmangel, nicht mehr bei der Vorschrift zur Aliot-Lieferung mit aufnehmen, sondern hat es eben an anderer Stelle platziert. Auf einen Punkt, der nicht neu ist, aber der trotzdem wichtig ist, möchte ich dich an dieser Stelle dennoch hinweisen. Nämlich folgendes, eine Differenzierung zwischen offener und verdeckter Mankolieferung findet im Gesetzeswortlaut nach wie vor nicht statt. Und es sprechen gute Gründe dafür, auch nach neuem Recht, eine zum Sachmangel und damit zum kaufrechtlichen Gewährleistungsrecht führende zu wenig Lieferung nur dann anzunehmen, wenn der Verkäufer aus Sicht des Käufers mit der Mindermenge seine ganze Verbindlichkeit erfüllen will, das nennt man dann versteckte zu wenig Lieferung, nicht aber dann, wenn er dem Käufer die zu wenig Lieferung offenbart. Denn im letztgenannten Fall kann der Käufer die unzulässige Teilleistung ja gemäß § 266 BGB zurückweisen und auf eine Lieferung der gesamten vertraglich vereinbarten Menge bestehen. Also die Differenzierung zwischen der verdeckten und der offenen Mankolieferung soll auch weiterhin ein Thema sein im neuen Kaufrecht. Es darf nun auszugehen, dass das weiterhin thematisiert wird, insbesondere in kaufrechtlichen Klausuren. Und das soll es dann auch zum neuen Mangelbegriff gewesen sein. Und im Bereich des allgemeinen Kaufrechts war das auch die größte Neuerung. Der Rest ist sehr überschaubar, insbesondere der neue Nacherfüllungsanspruch. So neu ist der gar nicht. Lesen wir uns den mal durch und dann sehen wir, dass so fürchterlich viel sich gar nicht geändert hat. Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. Aha, das war schon früher so. Der Verkäufer hat die zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen insbesondere Transportwege, Arbeits- und Materialkosten zu tragen. Auch das kannten wir bereits. Jetzt gibt es aber erste Änderungen im Absatz 3. Hat der Käufer die mangelhafte Sache gemäß ihrer Art und ihrem Verwendungszweck in eine andere Sache eingebaut oder an eine andere Sache angebracht, bevor der Mangel offenbar wurde, ist der Verkäufer im Rahmen der Nacherfüllung verpflichtet, dem Käufer die erforderlichen Aufwendungen für das Entfernen der Mangelhaften und den Einbau oder das Anbringen der nachgebesserten oder gelieferten mangelfreien Sache zu ersetzen. Der Halbsatz, bevor der Mangel offenbar wurde, ist neu eingeführt worden und dafür wurde der Satz gestrichen, in dem auf §442 Absatz 1 BGB verwiesen wurde. Was bedeutet das? Zunächst einmal liegt die Streichung des §439 Absatz 3 Satz 2 daran, dass in der Warenkaufrichtlinie so etwas vorgegeben war und aufgrund des Grundsatzes der Vollharmonisierung der Gesetzgeber davon nicht abweichen konnte. Aber ob sich inhaltlich dadurch wirklich etwas verändert hat, können wir eigentlich erst beurteilen, wenn wir wissen, was unter dem Begriff offenbar zu verstehen ist. Das lässt sich weder der Warenkaufrichtlinie noch dem BGB entnehmen. Und da nicht ausgeführt wird, dass der Mangel gerade dem Käufer offenbar werden muss, scheint eine objektivierte Sichtweise geboten zu sein. Ein Abzustellen ist also auf die Erkenntnismöglichkeit eines Durchschnittskäufers und die Frage, ob sich die Mangelhaftigkeit der Sache einem solchen geradezu aufdrängen musste. Und dies wird man wiederum bejahen können, wenn der Mangel sich körperlich an der Sachsubstanz des Kaufgegenstandes manifestiert und zum relevanten Zeitpunkt des Einbaus für einen Durchschnittskunden objektiv erkennbar ist. Und dies dürfte dann wiederum nahezu deckungsgleich mit dem zuvor geltenden Kriterium der groben Fahrlässigkeit im Sinne des § 442 Absatz 1 Satz 2 BGB sein. Also auch insoweit gilt, die Änderungen in § 439 Absatz 3 BGB sind durchaus überschaubar. Wirklich neu wird das Ganze durch diese Änderung nicht. Lesen wir weiter im Gesetzestext. Den § 439 Absatz 4 fürchterlich lang, den können wir an dieser Stelle gerne überspringen, denn da hat sich gar nichts geändert. Und wir werfen gleich einen Blick auf den Absatz 5. Danach hat der Käufer dem Käufer die Sache zum Zwecke der Nacherfüllung zur Verfügung zu stellen. Dadurch soll der Verkäufer also in die Lage versetzt werden, die Kaufsache daraufhin zu untersuchen, ob sie tatsächlich mangelhaft ist und gegebenenfalls die vom Käufer gewählte Nachbesserung vornehmen zu können. Damit ist nunmehr also in Umsetzung der Warenkaufrichtlinie ausdrücklich geregelt, was der BGH zumindest im Ergebnis bereits zuvor zur alten Rechtslage vertreten hatte. Ein kleiner Unterschied liegt aber im Detail. Der BGH hatte nämlich zur alten Rechtslage eine Obliegenheit des Käufers angenommen, dem Verkäufer die mangelhafte Sache am Erfüllungsort der Nacherfüllung zur Untersuchung zur Verfügung zu stellen. Das hatte der BGH erstmals im Jahre 2010 entschieden. Und die Neufassung des § 439 Absatz 5 BGB enthält demgegenüber eine Rechtspflicht und eben nicht nur eine Obliegenheit des Käufers. Und dem Verkäufer steht demgemäß eine Einrede aus § 273 BGB gegen den Nacherfüllungsanspruch des Käufers zu. Erhebt er sie, ist der Nacherfüllungsanspruch so lange nicht durchsetzbar, wie der Käufer dem Verkäufer die Sache vorenthält. Und weil die Durchsetzbarkeit, wie wir ja schon aus Schuldrecht A.T. wissen, die Durchsetzbarkeit des Nacherfüllungsanspruchs ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal von § 281 Absatz 1 und § 323 Absatz 1 BGB und damit letztlich auch für die Minderung ist, denn § 441 BGB sagt ja, statt zurückzutreten, also grundsätzlich unter den gleichen Voraussetzungen wie der Rücktritt, sind die sekundären Käuferrechte, sprich Rücktritt, Minderung und Schadensersatz ebenfalls ausgeschlossen. Die Kosten der Zurverfügungstellung hat der Verkäufer zu tragen, 439 Absatz 2, das kennen wir schon. Und beim Verbrauchsgüterkauf kann der Käufer vom Verkäufer dafür dann nach 475 Absatz 4 einen Vorschuss verlangen. Das haben wir auch schon gesehen. Das heißt, mit dem Absatz 5, um es mal zusammenzufassen, hat der Gesetzgeber eigentlich neu ins BGB dasjenige eingefügt, was vorher schon BGH-Rechtsprechung war und lediglich in dogmatischen Nuancen weicht das davon ab, denn früher sollte das eine Obliegenheit sein und jetzt ist es eine echte Rechtspflicht des Verkäufers, Entschuldigung des Käufers, aber im Übrigen bleibt alles beim Alten. Und das gilt letztlich auch für den Absatz 6, da heißt es, liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so kann er vom Käufer Rückgewähr der mangelhaften Sache nach Maßgabe der 346 bis 348 BGB verlangen. Das ist nicht neu, das ist nur neu platziert, denn da man ja einen neuen Absatz 5 eingefügt hat, ist der alte Absatz 5 zum neuen Absatz 6 geworden. Und dann gibt es einen weiteren Satz, da steht nämlich, der Verkäufer hat die ersetzte Sache, auf seine Kosten zurückzunehmen. Das ist insofern neu, als dass man bislang eine Pflicht des Verkäufers zur Rücknahme auf eigene Kosten nur dann angenommen hat, wenn der Käufer daran ein berechtigtes Interesse hat und nunmehr ist diese Rücknahmeverpflichtung des Verkäufers ohne eine solche Einschränkung geregelt, aber das ist nun auch keine bahnbrechende Neuigkeit, sondern eine sehr überschaubare. Wenn wir also von dem neuen Nacherfüllungsanspruch sprechen, dann können wir eigentlich im Wesentlichen folgende drei Punkte festhalten. 439 Absatz 3 Satz 2 BGB alte Fassung mit dem Verweis auf 442 Absatz 1 BGB ist gestrichen worden und stattdessen ist ein Anspruch auf Aufwendungsersatz für Aus- und Einbaukosten ausgeschlossen, wenn der Käufer die mangelhafte Sache eingebaut hat, nachdem der Mangel offenbar wurde. Aber als wir uns mit dem Begriff offenbar genauer beschäftigt haben, haben wir gesehen, dass damit einheitlich eigentlich keine Änderung verbunden ist. Dann gibt es jetzt eine echte Rechtspflicht und nicht nur eine Obliegenheit des Käufers, dem Verkäufer die Sache zum Zwecke der Nacherfüllung zur Verfügung zu stellen. Das ist aber eher von dogmatischem Interesse und wird sich in der Praxis nicht auswirken. Und zu guter Letzt haben wir gesehen, dass der Verkäufer im Falle einer Neulieferung die mangelhafte Sache auf seine Kosten zurücknehmen muss. So steht es in 439 Absatz 6 Satz 2 BGB der neuen Fassung und der Unterschied zur bisherigen Rechtslage besteht darin, dass ein berechtigtes Interesse nicht mehr erforderlich ist. Insgesamt also doch eher punktuelle Ergänzung, denn eine komplette Neuregelung des Nacherfüllungsanspruchs in 439 BGB. Und damit sind wir schon beim dritten und letzten Punkt für das allgemeine Kaufrecht, nämlich bei den Änderungen zum Lieferantenregerst, da heißt es jetzt in 445 a BGB beim Rückgriff des Verkäufers, der Verkäufer kann beim Verkauf einer neu hergestellten Sache von dem Verkäufer, der ihm die Sache verkauft hat, der heißt Lieferant, Ersatz der Aufwendung verlangen, die er im Verhältnis zum Käufer nach 439 Absatz 2 und 3 sowie 6 Satz 2 sowie nach § 475 Absatz 4 zu tragen hatte, wenn der vom Käufer geltend gemachte Mangel bereits beim Übergang der Gefahr auf den Käufer vorhanden war oder, das ist die Neuerung, auf einer Verletzung der Aktualisierungspflicht gemäß 475 B Absatz 4 beruht. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht verstehen, gleich werden wir uns natürlich auch den neuen 475 B Absatz 4 zu Gemüte führen. An dieser Stelle ist mir vor allen Dingen wichtig, dass du vor Augen hast, um welche Konstellation es eigentlich geht. Schauen wir uns das einmal gemeinsam an, obgleich es nicht wirklich neu ist. Wir haben die Situation, dass ein selbstständiger Regressanspruch in 445 a Absatz 1 BGB geregelt ist. Die Konstellation ist eine mindestens mal drei Personen umfassende, nämlich wir haben zwei hintereinander geschaltete Kaufverträge. Der Lieferant verkauft etwas dem Letztverkäufer und der verkauft es wiederum dem Letztkäufer. Wenn dann ein Mangel festgestellt wird und der Letztkäufer gegen den Letztverkäufer einen Anspruch auf Nacherfüllung gelten macht, 439 BGB, dann kann der Letztverkäufer ja in aller Regel gar nichts dafür. Nimm das Beispiel, dass der Lieferant dem Letztverkäufer einen verpackten Gegenstand geliefert hat und den hat der Letztverkäufer seinerseits an den Letztkäufer weiterverkauft. Dann kann der Letztverkäufer natürlich letztlich nichts dafür, dass die Sache mangelhaft ist und trotzdem muss er aufgrund des Kaufvertrages mit dem Letztkäufer den Nacherfüllungsanspruch erfüllen. Dafür hat er dann aber die Möglichkeit, seinen Lieferanten in Regress zu nehmen. Zunächst einmal nach allgemeinen kaufrechtlichen Vorschriften, also 437 BGB, die dort aufgeführten Gewährleistungsrechte und darüber hinaus wird ihm auch ein selbstständiger Regressanspruch zur Seite gestellt, nämlich der 445a Absatz 1 BGB, den wir uns gerade angesehen haben. Und das, was jetzt hier überhaupt nur neu ist, ist der Umstand, dass auch dann, wenn im Verhältnis zwischen dem Letztverkäufer und dem Letztkäufer eine Aktualisierungspflicht besteht und die verletzt wurde, ebenfalls die Möglichkeit besteht, den Lieferanten in Regress zu nehmen. Das heißt, wir haben eigentlich nur eine Erweiterung der ohnehin bestehenden Regelung auf diese Neuerung, auf die wir zum späteren Zeitpunkt noch zu sprechen kommen, nämlich dass es auch eine Verletzung einer Aktualisierungspflicht geben kann, die zur Mangelhaftigkeit der Kaufsache führt. So weit, so gut. Gehen wir noch mal weiter im Gesetzestext. In 445 b ist die Verjährung von Rückgriffsansprüchen geregelt und dort ist die bislang in Absatz 2 Satz 2 vorgesehene Regelung gestrichen worden. Die lautete, diese Ablaufhemmung endet spätestens fünf Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Lieferant die Sache dem Verkäufer abgeliefert hat. Diese absolute Höchstgrenze von fünf Jahren ist also gestrichen worden. Das nehmen wir mal schlicht und ergreifend zur Kenntnis und die rechtspolitischen Hintergründe, die wollen wir hier in diesem Crashkurs mal ausblenden. Der 478 bgb enthält zahlreiche Sonderbestimmungen für den Rückgriff des Unternehmers, wenn wir einen Verbrauchsgüterkaufvertrag haben. Nicht wirklich etwas Neues, lediglich marginale redaktionelle Änderungen des Gesetzes wortlauts finden wir vor, nämlich in 478 Absatz 2 bgb. Dort wird, du siehst es hier an der Hervorhebung durch rote Schrift, dort werden auch in Bezug genommen 475 b und 475 c, also neue Vorschriften, die wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht kennen und gleich kennenlernen werden. Du nimmst an dieser Stelle bitte einfach zur Kenntnis, dass sich der Gesetzes wortlaut hier in 478 Absatz 2 marginal verändert hat. Und dann gibt es auch eine Vorschrift, die tatsächlich richtig echt neu ist, nämlich der 475 c. Dort geht es um den Rückgriff bei Verträgen über digitale Produkte, diejenigen also, die in den 327 fortfolgenden eingeführt worden sind, die Regelungen, die der Gesetzgeber in Umsetzung der DIRL in das BGB eingeführt hat. Und da heißt es, ist der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchervertrag Über die Bereitstellung digitaler Produkte nach den 327 und 327 a, so sind die Paragraphen 445 a, 445 b und 478 nicht anzuwenden, also ein Ausschluss dessen, was wir gerade eben kennengelernt haben, und an die Stelle der nach Satz 1 nicht anzuwendenden Vorschriften sollen dann die Vorschriften des Abschnitts 3 Titel 2a Untertitel 2 gelten. Da reden wir dann also über die 327 fortfolgende BGB, ein spezielles Gewährleistungsregime für diese Fälle und dementsprechend ein Ausschluss hier an dieser Stelle. Und das ist es dann zum allgemeinen Kaufrecht auch schon gewesen und wir können uns mit den neuen Vorschriften im Verbrauchsgüterkaufrecht beschäftigen. Zunächst einmal ein Überblick. Wo gibt es Änderungen? Die gibt es in 474 BGB. Dort geht es um den Anwendungsbereich, der 475 fortfolgende. Dann hat der Gesetzgeber auch den 475 in Angriff genommen und bei den anwendbaren Vorschriften einige Änderungen vorgenommen. Es gibt ein 9475d. Dort finden sich Sonderbestimmungen für Rücktritt und Schadensersatz. Es gibt ein 9475e mit Sonderbestimmung für die Verjährung. Es gibt eine Modifikation in 476 BGB, dort wo es um die abweichenden Vereinbarungen geht. Stichwort negative Beschaffenheitsvereinbarung. Darauf waren wir schon zu sprechen gekommen und wir werden das gleich vertiefen. Dann hat der Gesetzgeber eine Änderung vorgenommen, die nicht wahnsinnig schwierig, aber für dich trotzdem sehr wichtig ist, nämlich in 477 BGB bei der Regelung zur Beweislastumkehr. In 479 BGB gibt es Modifikationen bei den Sonderbestimmungen für Garantien und es gibt richtig neue Vorschriften in 475a BGB, nämlich zur Abgrenzung zu Verbrauchsgüterkaufverträgen über digitale Produkte. Das wird ein spannendes Thema für Klausuren irgendwann mal sein und das gilt auch für die 475b und C. Dort ist nämlich eine Spezialregelung geschaffen worden für den Sachmangel einer Ware mit digitalen Elementen. Wenn du mich bei dieser Übersicht schon fragst, was ist denn für mich eigentlich ad hoc das Allerwichtigste, dann würde ich sagen, es sind insbesondere die Änderungen in 476 und 477 BGB. Die werden wir uns gleich genauer anzusehen haben. Legen wir erstmal los und schauen uns in aller Ruhe und ganz systematisch schön der Reihe nach erst einmal den 474 BGB an. Da heißt es, Verbrauchsgüterkäufe sind Verträge, durch die ein Verbraucher von einem Unternehmer eine, jetzt heißt es nicht mehr bewegliche Sache, sondern Ware und zwar im Sinne des 241 kleinen Absatz 1 kauft. Um einen Verbrauchsgüterkauf handelt es sich auch beim Vertrag, der neben dem Verkauf einer Ware die Erbringung einer Dienstleistung durch den Unternehmer zum Gegenstand hat. Ist das nun eine bahnbrechende Neuerung? Nein, ist es nicht. Und das wird klar, wenn man sich den 241 Absatz 1 mal genauer ansieht. Der definiert nämlich die Waren als bewegliche Sachen, die nicht aufgrund von Zwangsvorsteckungsmaßnahmen oder anderen gerichtlichen Maßnahmen verkauft werden. Das heißt, wir haben hier nach wie vor im Wesentlichen bewegliche Sachen und auch Tiere werden vom Begriff der Ware grundsätzlich erfasst. Das heißt, wir haben hier keine bahnbrechende Neuerung, sondern eigentlich nur eine begriffliche Anpassung an die Wortwahl der Warenkaufrichtlinie. Und auch sehr überschaubar sind die Änderungen in Absatz 2. Da heißt es, für den Verbrauchsgüterkauf gelten ergänzend die folgenden Vorschriften dieses Untertitels und für gebrauchte Waren, die in einer öffentlich zugänglichen Versteigerung verkauft werden, gilt es nicht, wenn dem Verbraucher klare und umfassende Informationen darüber, dass die Vorschriften dieses Untertitels nicht gelten, leicht verfügbar gemacht wurden. Naja, was dann eben unter leicht verfügbar gemacht zu verstehen sein wird und wann etwas klar und umfassend als Information anzusehen ist, das wird die Rechtsprechung im Einzelnen herauszuarbeiten haben. Aber auch hier wird es ganz gewiss keine bahnbrechende Neuerung geben. Das heißt, auch hier wachsen dir bitte an dieser Stelle keine grauen Haare. Wir wollen gleich weiter blättern und uns mit 475 BGB beschäftigen. Da sehen wir schon auf den ersten Blick, dass die Änderungen sehr, sehr überschaubar sind. Hier wird wieder mal der Begriff der Sache ersetzt durch Ware und wir haben eine Anpassung an die einzelnen Vorschriften in Absatz 3. Das ist nicht wirklich bahnbrechend etwas Neues. Vielleicht noch der kurze Hinweis darauf, dass nach 475 Absatz 3 Satz 2 BGB im Verbrauchsgüterkaufrecht nun auch 442 BGB unanwendbar ist. Hintergrund dieser Regelung ist, dass Artikel 7 Absatz 5 der Warenkaufrichtlinie das Vorliegen einer Vertragswidrigkeit nicht bereits bei bloßer Kenntnis des Mangels durch den Verbraucher, sondern erst unter den nunmehr in 476 BGB genannten Voraussetzungen ausschließt. Aber zu diesem 476 BGB wollen wir ja gleich erst kommen. Deswegen an dieser Stelle nur der kurze Hinweis darauf. Und dann geht es im Gesetzeswortlaut in Absatz 4 noch weiter. Da ist ganz viel gestrichen worden und stattdessen steht jetzt kurz und knapp, der Verbraucher kann von dem Unternehmer für Aufwendungen, die ihm im Rahmen der Nacherfüllung gemäß § 439 Absatz 2 und 3 entstehen und die vom Unternehmer zu tragen sind, Vorschuss verlangen. Das ist die alte Regelung aus 475 Absatz 6 BGB. Die kennen wir schon und auf die sind wir ja eben auch schon kurz im Rahmen des 439 BGB zu sprechen gekommen. Wirklich neu sind dann die Absätze 5 und 6. In Absatz 5 heißt es, der Unternehmer hat die Nacherfüllung innerhalb einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher ihn über den Mangel unterrichtet hat und ohne erhebliche Unannehmlichkeiten für den Verbraucher durchzuführen, wobei die Art der Ware sowie der Zweck, für den der Verbraucher die Ware benötigt, zu berücksichtigen sind. Das ist also eine ergänzende Regelung zu dem in § 439 BGB geregelten Nacherfüllungsanspruch des Käufers, aber der wird keine großen Probleme aufwerfen, dieser 475 Absatz 5 BGB. Du musst ihn halt einfach kennen und darunter subsumieren. Und das geht letztlich auch für den Absatz 6. Dort heißt es, im Fall des Rücktritts oder des Schadensersatzes statt der ganzen Leistung wegen eines Mangels der Ware ist § 346 mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Unternehmer die Kosten der Rückgabe der Ware trägt und § 348 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass der Nachweis des Verbrauchers über die Rücksendung der Rückgewehr der Ware gleich steht. Auch das keine Regelung, die dich vor unlösbare Probleme stellen wird. Das gilt letztlich auch für den § 475 D BGB, der ist aber etwas aufwendiger zu erfassen, weil er so fürchterlich lang ist. Aber wenn wir uns das mal der Reihe nach durchsehen, dann werden wir erkennen, dass das eigentlich für den Bereich des Verbrauchsgüterkaufs nichts anderes als eine Modifikation zum Rücktritt und mittelbar dann auch für die Minderung ist, sowie zum Schadensersatz. Und auch hier ist wiederum alles selbsterklärend. Wir gehen es einfach mal der Reihe nach durch. Für einen Rücktritt. Wegen eines Mangels der Ware bedarf es der in § 323 Absatz 1 bestimmten Fristsetzung zur Nacherfüllung abweichend von § 323 Absatz 2 und § 440 BGB nicht, wenn 1. Der Unternehmer die Nacherfüllung trotz Ablaufs einer angemessenen Frist ab dem Zeitpunkt, zu dem der Verbraucher ihn über den Mangel unterrichtet hat, nicht vorgenommen hat. Da musst du natürlich einzelfallabhängig die fragen, was die angemessene Frist ist, aber das mussten wir ja auch schon bislang im Kaufrecht. Dann Nummer 2. 3. Sich trotz der vom Unternehmer versuchten Nacherfüllung einen Mangel zeigt. Tja, dann hat das offenbar nicht gut gemacht, dann hat das nicht geschafft. 3. Der Mangel derart schwerwiegend ist, dass der sofortige Rücktritt gerechtfertigt ist. Auch hier wieder die Frage dann im Einzelfall, wann ist das gerechtfertigt? Das musst du eben für den jeweiligen Einzelfall mit Inhalt füllen. Nummer 4. Der Unternehmer, die gemäß 439 Absatz 1 oder 2 oder 475 Absatz 5 ordnungsgemäße Nacherfüllung verweigert hat. Ja klar, wenn er es verweigert hat, dann muss ich ihm keine Frist mehr setzen. Und 5. Es nach den Umständen offensichtlich ist, dass der Unternehmer nicht gemäß 439 Absatz 1 oder 2 oder 475 Absatz 5 ordnungsgemäß nacherfüllen wird. Klar, diese Fristsetzung soll kein Selbstzweck sein. Wenn von vornherein klar ist, das wird eh nichts, dann muss ich die Frist gar nicht ersetzen. Absatz 2. Für einen Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Mangels der Ware bedarf es der in 281 Absatz 1 bestimmten Fristsetzung, in denen in Absatz 1 bestimmten Fällen nicht. Klar, warum sollte es da anders sein? Und 281 Absatz 2 und § 440 sind nicht anzuwenden. Das ist in der Tat eine Neuerung. Aber das ist auch nicht ganz so schlimm, weil die Fälle in Absatz 1 ja eigentlich schon alles umfassen. Werfen wir einen Blick auf den 475 E. Wir wollen ja hier nichts aussparen. Dort gibt es Sonderbestimmungen für die Verjährung. Ehrlich gesagt, kein wirklich spannendes Thema. Lies dir das mal in Ruhe durch. Das brauchen wir hier gar nicht zusammen machen. Da gibt es eben ganz spezielle Regelungen, die den allgemeinen Vorschriften zur Verjährung vorgehen. Und insbesondere der 438 BGB wird hier auch modifiziert. Ist dann eben so. Das nehmen wir zur Kenntnis. Jetzt wird es aber wirklich wichtig. Der 476. Da geht es darum, dass man abweichende Vereinbarungen treffen kann von dem objektiven Pflichtenprogramm aus dem allgemeinen Kaufrecht. Also insbesondere geht es hier um negative Beschaffenheitsvereinbarungen. Nur soll das in einer B2C-Konstellation, also bei einem Verbrauchsgüterkaufvertrag, nicht ohne weiteres gelten. Wollen wir uns das mal anschauen. Auf eine Vormitteilung eines Mangels an den Unternehmer getroffene Vereinbarung, die zum Nachteil des Verbrauchers von den Paragraphen 433 bis 435, 437, 439 bis 443, also mal kurz und knapp vom ganz allgemeinen Gewährleistungsrecht sowie von den Vorschriften dieses Untertitels abweicht, kann der Unternehmer sich nicht berufen. Von den Anforderungen nach 434 Absatz 3 oder 475 B Absatz 4, also insbesondere 434 Absatz 3 von den objektiven Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit die Kaufsache nicht mangelhaft ist, kann Vormitteilung eines Mangels an den Unternehmer durch Vertrag abgewichen werden, aber nur, wenn erstens der Verbraucher vor der Abgabe seiner Vertragserklärung eigens davon in Kenntnis gesetzt wurde, dass ein bestimmtes Merkmal der Ware von den objektiven Anforderungen abweicht und zweitens die Abweichung im Sinne der Nummer 1 im Vertrag ausdrücklich und gesondert vereinbart wurde. Und wenn wir jetzt mal versuchen uns vorzustellen, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, ob dann ein Käufer überhaupt noch bereit wäre, die Kaufsache überhaupt zu akzeptieren, den Kaufvertrag abzuschließen, dann wird es wohl in aller Regel so sein, dass der Käufer das dann nicht macht und das wiederum führt dazu, dass es die negative Beschaffenheitsvereinbarung wirksam wohl nur noch außerhalb des Verbrauchsgüterkaufrechts gibt und man im Übrigen es gar nicht erst versuchen muss, als Verkäufer eine wirksame negative Beschaffenheitsvereinbarung zu schließen, denn diese Hürde des 476 Absatz 1 ist in der Tat eine sehr, sehr hohe. Was gibt es noch Neues in 476 BGB? Lesen wir mal weiter. Im Absatz 2 findet sich in Absatz 2 eine ganz ähnliche Regelung. Der Wort dort ist fast identisch. Dort geht es dann um die Verkürzung der Verjährungsfrist und nicht um die negative Beschaffenheitsvereinbarung. Die Hürde ist aber gleichermaßen hoch aufgebaut. Du siehst, dass die Voraussetzungen nahezu identisch sind. Im Übrigen keine Neuerung bei 476. Das Wesentliche haben wir uns angesehen. Dann ebenfalls ganz wichtig für dich, weil es ein sehr klausurrelevantes Thema betrifft. Du weißt, dass es die Beweislastumkehr in 477 BGB gibt. Daran hat sich nichts geändert. Es hat sich aber etwas an der Länge der Frist geändert. Früher hieß es ja, zeigt sich innerhalb von sechs Monaten seit Gefahrübergang ein Sachmangel. Und jetzt heißt es eben, zeigt sich innerhalb eines Jahres seit Gefahrübergang ein und jetzt von den Anforderungen nach 434 oder 475 B abweichender Zustand der Ware. So wird vermutet, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Es sei denn, diese Vermutung ist mit der Art der Ware oder des mangelhaften Zustands unvereinbar. Wir haben also hier grundsätzlich eine Verdopplung der Frist von sechs Monaten auf nun zwölf Monate, sprich ein Jahr. Und dann wird noch ergänzt beim Kauf eines lebenden Tieres gilt diese Vermutung für einen Zeitraum von sechs Monaten seit Gefahrübergang für die lebenden Tiere. Bleibt es also der Sache nach bei der alten Regelung. Auch das ist keine Vorschrift, die man nicht verstehen könnte. Man muss es eben nur wissen, dass grundsätzlich die Frist jetzt nicht mehr sechs Monate beträgt, sondern eben ein Jahr. Aber das war es dann auch schon und wir können weitermachen mit der nächsten Vorschrift, nämlich mit 479 BGB. Dort geht es um Sonderbestimmung für Garantien. Ehrlich gesagt bringt es kaum Spaß, den von A bis Z durchzulesen. Wir machen das trotzdem mal, aber du wirst sehen, das ist eine sehr geschwätzige Vorschrift, die wahnsinnig viel detailliert regelt. Darunter kannst du prima subsumieren, aber bitte, das ist alles nichts, wo du sagst, bahnbrechende Neuerungen. Und es hätte sich jetzt hier alles geändert im Kaufrecht, sondern es gibt halt eine Umformulierung, damit das Ganze zur Warenkaufrichtlinie auch passt. Das heißt jetzt, eine Garantieerklärung, und zwar im Sinne von 443 BGB, muss einfach und verständlich abgefasst sein. Das war schon vorher so. Und jetzt muss sie eben Folgendes enthalten. Den Hinweis auf die gesetzlichen Rechte des Verbrauchers bei Mängeln, darauf, dass die Inanspruchnahme dieser Rechte unentgeltlich ist, sowie darauf, dass diese Rechte durch die Garantie nicht eingeschränkt werden. Okay, dann den Namen und die Anschrift des Garantiegebers, ja, danke, das musste ich vorher auch schon kennen, das vom Verbraucher einzuhaltende Verfahren für die Geltendmachung der Garantie. Okay, die Nennung der Ware, auf die sich die Garantie bezieht und die Bestimmung der Garantie, insbesondere die Dauer und den räumlichen Geltungsbereich des Garantieschutzes. Ja, vielen Dank, nice to know, aber mehr eben auch nicht. Und so geht es dann letztlich auch in 479 weiter. Beim Absatz 2 ist ein Satz gestrichen worden, nämlich, dass der Verbraucher verlangen kann, dass ihm die Garantieerklärung in Textform mitgeteilt wird. Dann ist das eben so. Dafür gibt es jetzt den Absatz 3, der sagt, hat der Hersteller gegenüber dem Verbraucher eine Haltbarkeitsgarantie übernommen, so hat der Verbraucher gegen den Hersteller während des Zeitraums der Garantie mindestens einen Anspruch auf Nacherfüllung gemäß 439 Absatz 2, 3, 5 und 6 Satz 2 und 475 Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 BGB. Das heißt also, wir haben hier letztlich eine gesetzliche Bestimmung zum Mindestinhalt einer Haltbarkeitsgarantie, aber auch das ist nicht mit einer bahnbrechenden Neuerung verbunden. Dafür geht es jetzt aber ganz am Ende nochmal in die Vollen. Da kommen nämlich auf einmal die 475 A, B und C BGB neu daher und reden von digitalen Produkten. Was ist denn das? Du kanntest zwar schon vorher digitale Produkte, aber eben nicht als Fachterminus im BGB. Das kann einen schon ein klein bisschen nervös machen, aber letztlich ist Nervosität ja auch etwas, was sich schnell wieder verflüchtigen kann und es wird sich verflüchtigen, wenn wir uns mit diesen Vorschriften gemeinsam beschäftigt haben. Wollen wir uns das mal in Ruhe ansehen? Sehr, sehr lange Vorschriften. Wir gucken uns die mal gemeinsam an. Auf einen Verbrauchsgüterkaufvertrag, welcher einen körperlichen Datenträger zum Gegenstand hat, der ausschließlich als Träger digitaler Inhalte dient, sind 433 Absatz 1 Satz 2, die 434 bis 442, 475 Absatz 3 Satz 1, Absatz 4 bis 6, die 475 B bis 475 E und 476 und 477 über die Rechte bei Mängeln nicht anzuwenden. Also mehr oder minder, das gesamte Kaufrecht soll ausgeschlossen sein und an die Stelle diese ausgeschlossenen Vorschriften sollen dann die neuen Vorschriften in § 327 fortfolgende BGB treten. Das klingt wahnsinnig kompliziert, aber ist es ehrlich gesagt nicht, wenn man sich den Anwendungsfall vor Augen führt. Ein Vertrag über digitale Produkte liegt etwa vor, wenn du dir eine App downloadest oder wenn du dir zum Beispiel eine Musikdatei runterlädst. Und jetzt stell dir mal vor, du lädst dir das Lied nicht einfach runter, sondern du kaufst dir ganz altmodisch eine CD. Dann dient ja die CD ausschließlich als Träger dieses digitalen Inhalts. Einen echten Mehrwert hat die CD für dich nicht. Das gleiche würde etwa gelten, wenn du dir eine Software auf CD-ROM kaufst und sie nicht einfach nur downloadest. Und in solchen Fällen sagt der Gesetzgeber, total nachvollziehbar, dass dann nicht unterschiedliche Vorschriften zur Anwendung kommen sollen, wenn also letztlich der Kaufgegenstand, der Träger dieser digitalen Inhalte gar keinen Selbstzweck hat, sondern nur dem Transport der digitalen Inhalte dienen soll, dann sollen die gleichen Vorschriften Anwendung finden, die auch dann zur Anwendung kämen, wenn du es downgeloadet hättest. Und das sind dann eben die § 327 fortfolgende BGB, also der § 475 Absatz 1, der leuchtet alle mal ein. Schauen wir uns mal den Absatz 2 an. Auf einen Verbrauchsgüterkaufvertrag über eine Ware, die in einer Weise digitale Produkte enthält oder mit digitalen Produkten verbunden ist, dass die Ware ihre Funktion auch ohne diese digitalen Produkte erfüllen kann, sind im Hinblick auf diejenigen Bestandteile des Vertrags, welche die digitalen Produkte betreffen, die folgenden Vorschriften nicht anzuwenden. Und dann werden eben einzelne aufgeführt und wieder wird gesagt, dass dann stattdessen die § 327 fortfolgende BGB gelten sollen. Da brauchst du auch ein konkretes Beispiel vor Augen, um das zu verstehen. Nimm einen smarten Kühlschrank. Einen Kühlschrank, der auch eine Bestellfunktion hat. Du bekommst also beispielsweise auf dem Heimweg von deinem Kühlschrank die Nachricht auf dein Smartphone geleitet, dass du doch bitte auf dem Heimweg frische Milch einkaufst, weil die alle ist. Wenn diese Funktion nicht funktioniert, dann funktioniert die Grundfunktion des Kühlschranks nach wie vor. Er kann nämlich Lebensmittel kühlen. Und in solchen Fällen, in denen also der Grundgegenstand, der analoge Kaufgegenstand, auch ohne dieses digitale Produkt funktioniert, soll es zu einer Aufsplittung kommen, dann gilt hinsichtlich des analogen Gegenstands, also hinsichtlich des Kühlschrankes, ganz normal das Kaufrecht. Und nur hinsichtlich des darin enthaltenen, aber nicht zwingend erforderlichen digitalen Produkts, also in meinem Beispiel dieser Bestellfunktion des smarten Kühlschranks, eben dieser besondere Bereich der 327 fortfolgende BGB. Auch das leuchtet, denke ich, ein, wenn man den konkreten Anwendungsfall vor Augen hat. Und jetzt wird es fürchterlich. Schau dir mal diese lange Vorschrift an. Und die ist nicht mal ganz abgebildet. Da geht es um den Sachmangel einer Ware mit digitalen Elementen. Bevor wir uns mit dieser langen Vorschrift im Einzelnen beschäftigen, wirst du zu Recht erst mal fragen, was sind denn eigentlich Waren mit digitalen Elementen? Nach der Legaldefinition des 327a Absatz 3 Satz 1, darauf wird in 475b Absatz 1 zum Glück auch ausdrücklich verwiesen, sind unter Waren mit digitalen Inhalten solche Waren zu verstehen, die in einer Weise digitale Produkte enthalten oder mit ihnen verbunden sind, dass die Waren ihre Funktion ohne diese digitalen Produkte nicht erfüllen können. Das ist der wesentliche Unterschied zu den Fällen des 475a Absatz 2. Das ist der wesentliche Unterschied zum Fall des smarten Kühlschrankes. Jetzt reden wir über Gegenstände, die nur funktionieren können, wenn auch die in ihnen enthaltenen digitalen Produkte funktionieren. Nimm als Beispiel das Handy ohne funktionierendes Betriebssystem. Das dient bestenfalls noch als Wurfgeschoss, aber du kannst gar nichts mehr damit machen. Du kannst ja nicht mal mehr damit telefonieren, geschweige denn alle anderen Anwendungen durchführen. Oder das Kfz ohne zentrale Steuerungssystem. Das wirst du nicht vom Fleck bewegen können, es springt gar nicht erst an. Auch in solchen Fällen würde man von einer Ware mit einem digitalen Element sprechen. Und da sagt der Gesetzgeber, in solchen Fällen, also in Fällen eines Kaufes einer Ware mit digitalen Elementen, da soll dann im Wesentlichen das Kaufrecht Anwendung finden. Und das führt wiederum dazu, dass es einen bestimmten Sachmangelbegriff für solche Waren mit digitalen Elementen geben muss. Und wenn du dir dann diese fürchterlich lange Vorschrift durchliest, dann wirst du sehen, dass das eigentlich von der Systematik hier ganz ähnlich gemacht wurde, wie auch in 434 BGB für den normalen Sachmangelbegriff, aber eben angepasst auf diese speziellen Dinge. Wir wollen jetzt nicht die ganze Vorschrift im Einzelnen durchgehen. Ich will dich auch nicht quälen und sie dir von A bis Z durchlesen. Das machst du bitte selbst. Das meiste davon ist selbst erklärend, wenn man sich einmal vor Augen geführt hat, was eigentlich eine Ware mit digitalen Elementen ist. Und wenn man sich auch klar gemacht hat, dass der Gesetzgeber sich in solchen Fällen dafür entschieden hat, dass eben das Kaufrecht mit Spezialregelung Anwendung findet und eben nicht das Gewährleistungsregime der 327 fortfolgende BGB. Du siehst, ich blätter hier mal durch, das geht noch weiter. Auch in Absatz 6 gibt es dazu noch Regelungen. Und das, was ich gerade gesagt habe, lies es dir bitte einfach mal durch. Das muss auch für 475c gelten. Da geht es um den Sachmangel einer Ware mit digitalen Elementen. Bei dauerhafter Bereitstellung der digitalen Elemente, kurz und knapp, da geht es letztlich um Fälle, wo auch Elemente eines Dauerschuldverhältnisses enthalten sind. Eine dauerhafte Bereitstellung liegt nämlich nach 327e Absatz 1 Satz 3 BGB vor, wenn der Unternehmer durch den Vertrag zu einer fortlaufenden Bereitstellung über einen Zeitraum verpflichtet ist. Als Beispiele hierfür dienen etwa Verkehrsdaten in einem Navigationssystem, die Cloud-Anbindung bei einer Spielekonsole oder eine Smartphone-App zur Nutzung verschiedener Funktionen in Verbindung mit einer Smartwatch. Das wären so klassische Beispiele, die hier für den 475c zu nennen sind. Und das Ganze abzurunden, möchte ich dir gerne ganz zum Schluss noch einmal vor Augen führen, dass wir hier also über eine Dreiteilung des Sachmangelrechts sprechen müssen nach neuem Recht. Wenn wir einen Kaufvertrag über analoge Gegenstände haben, dann bleibt es beim Sachmangelbegriff des 434 BGB. Das ist nichts Neues. Wenn wir aber solche Waren mit digitalen Elementen haben, also solche Waren, die ohne die digitalen Elemente nicht funktionieren, dann haben wir grundsätzlich auch den allgemeinen Sachmangelbegriff des 434 BGB, nämlich in Konstellationen des B2B, des C2C oder des C2B. Wenn wir aber einen Verbrauchsgüterkaufvertrag haben, also eine neudeutsch B2C-Konstellation, dann müssen wir differenzieren. Wenn es hier eine qualifizierte Verbindung gibt, dann findet 434 mit den Modifikationen in 475 B und C Anwendung. Wenn es allerdings keine qualifizierte Verbindung gibt, dann soll aufgesplittet werden, dann gilt hinsichtlich der Ware der 434 BGB und im Übrigen das spezielle Recht, nämlich hinsichtlich der digitalen Elemente, die 327 fortfolgende BGB. Unterm Strich also vieles neu, aber letztlich auch nicht alles. Und um dich zu beruhigen, deshalb folgendes Fazit. Man muss vor den neuen Vorschriften keine Angst haben. Wir reden hier insbesondere nicht über ein komplett neues Schuldrecht, sondern im Wesentlichen geht es um punktuelle Änderungen im Kaufrecht. Die haben wir uns gemeinsam angesehen. Die wirst du nach entsprechender Wiederholung und mehrfachem Lesen der Vorschriften auch beherrschen. Das, was wirklich neu ist, sind die 327 fortfolgende BGB. Die Abgrenzung zum Kaufrecht ist im Einzelfall nicht ganz leicht. Du wirst es aber leichter haben, wenn du dich mit den 327 fortfolgenden beschäftigst. Auch dazu gibt es einen separaten Crashkurs für die Ideen am besten auch zu Gemüte und insgesamt wirst du dann mit Sicherheit das Gefühl haben, vor diesen neuen Vorschriften muss ich keine Angst haben.